In Kürze treffen wir in der Station Eigergletscher ein. Hier steigen Sie auf die Jungfraubahn um. Sie führt Sie direkt aufs Jungfraujoch, Top of Europe. Die Station Eigergletscher ist auch Ausgangspunkt für sportliche Aktivitäten im Sommer und im Winter. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen. Wir werden kurz auf der Eigerglasier-Station kommen. Change hier für die Jungfrau-Railway. Es führt Sie direkt auf die Jungfrau-Joch, Top of Europe. Die Eigergletscher-Station ist auch der Start-in für sportliche Aktivitäten im Sommer und im Winter. Wir sind Spaß! Wir kommen in die Station Eigergletscher-Gletscher, die Eigergletscher-Gletscher-Gletscher-Gletscher-Gletscher-Gletscher-Gletscher-Gletscher-Gletscher-Gletscher-Gletscher. La Station du Glacier de la Guerre est également le point de départ pour les activités sportives en été et en hiver. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir. Wenn Sie für die Weiterreise auf das Jungfrau-Jobstorfer Führung einen Sitzplatz reserviert haben, beachten Sie bitte die Gates in Grün. Eine Sitzplatzreservation garantiert einen nicht nummerierten Sitzplatz auf der von Ihnen gebuchten Verbindung. Sie können Ihren Sitzplatz frei wählen. Das Boarding ist bis spätestens 10 Minuten vor Abfahrt möglich. Ohne Reservation nutzen Sie bitte die Gates in Gelb. Das Boarding ist bis spätestens 10 Minuten vor Abfahrt möglich.